Nach Wochen im Homeoffice fällt dir so langsam die Decke auf den Kopf? Dein Corona-Burnout nimmt mittlerweile bedenkliche Formen an? Brauchst du mal wieder ein bisschen frischen Wind und neue Inspiration? Dann lern doch eine neue Sprache. Online. In unserem virtuellen Klassenraum. Mit deinem persönlichen Trainer. Kinderleicht. Vom Sofa aus. Lexis Languages. Wir freuen uns auf dich. Lexis Languages. Wir freuen uns auf dich.